hey leute willkommen zum heutigen video um ein paar missverständnisse beiseite zu stellen wollte ich einfach ein paar punkte sagen zum beispiel dass die kamera mir zur verfügung gestellt wurde ich habe keinen cent dafür bezahlt aber trotzdem vielen dank an die firma schaut unten vorbei alle links unten aber den rest des equipments habe ich selber aus eigener tasche bezahlt zum beispiel das audiogerät das viele vorteile habt ihr könnt damit gewisse sequenzen aus euren videos nach vertoren oder ein schrauber video machen und dann die stimme nach sprechen erspart euch viel mühsame dreharbeit während der tatsächlichen dreharbeit also dass ihr nach vertoren könnt hat vor und nachteile aber dazu komme ich noch mal irgendwann anders in dem video auf jeden fall wollte ich noch sagen günstiges setup hat einfach den simplen grund dass viele leute einfach nicht 34 500 euro für ein kamera setup fürs allererste haben und leute sagt nicht dass es ein haufen geld ist für eine 72 euro kamera weil da kommt so viel zubehör mit dabei so viel zubehör habe ich alleine nicht nachträglich im zubehör für mein gopro setup investiert und dann ging mir auch noch die gopro kaputt also leute ist meine volle ehrliche meinung ihr müsst kein teures schnittprogramm kaufen ihr könnt die kamera immer noch als zweitkamera verwenden falls ihr beschließt dass euch die kamera nicht reichen dass ihr wirklich die vollen 4k haben wollt die bestmöglichsten bestmöglichen aufnahmen die besten frame raten einfach das schärfste bild überhaupt haben müsst dann müsst ihr halt im fünffachen sechs fachen betrag investieren und ich bin mir sicher alten text wird auch ein modell nachschieben wo sie sich noch mal um einiges steigern aber schaut euch am besten das video an und entscheidet selber ob es was für euch wäre so leute ihr seht die wunderschöne location es regnet wir haben uns unterm baum untergestellten videos sollte gedreht werden auf jeden fall habe ich hier einfach mal alles hingestellt was ihr als motovlogger braucht und ich benutze wirklich absolut nicht mehr also erstens ist es wohl offensichtlichste braucht eine kamera am besten eine mit einem gehäuse bereits integriert und halterung die schon zahlreich im umfang dabei sind das ist vorbildlich bei der alten text dann brauchte noch ein audiogerät ich habe jetzt 1 von gewiss der keine ahnung ich weiß nicht wie man das ausspricht ihr habt hier verschiedene einstellungen ihr könnt über das mikrofon aufnehmen wir können einfach so über die mikrofone hier oben aufnehmen ist sehr umfangreich von den features ist auf jeden fall empfehlenswert wenn eure kamera kein externes mikrofon unterstützt dazu gleich mehr ihr braucht eine powerbank früher später ich habe mir jetzt eine teurere vom mediamarkt gekauft schaut vielleicht haben sie angebote oder sonst wie da könnt ihr ein usb kabel einstecken und dann mit dem anschluss den die kamera hier bietet zeige ich euch gleich selbstverständlich die kamera auch unter der fahrt oder halt während ihr irgendwo eine pause macht aufladen damit ihr noch weiter aufnehmen können natürlich ist ein zusätzlicher akku im lieferumfang enthalten aber dennoch könntet ihr meine weltreise oder so planen haben wir auf jeden fall eine powerbank von vorteil was ihr noch benötigt das ist natürlich ein externes mikrofon hier ich habe es jetzt in den schwamm eingepackt empfiehlt sich sehr ich habe jetzt das hier von speedlink einfach über amazon bestellt fertig aus ende aber ihr könnt auch das was hier gratis mit dabei kommt benutzen zum audiogerät und der sinn ist es ein externes mikrofon hier einzustecken hier steht mikrofon steckt es so ein das teil steckt euch in die bankpäuser das zeige ich euch auch gleich und so redet ihr einfach und hier nehmt ihr den ton auf und da gibt es ja natürlich das problem dass sie es nicht synchronisiert ist da klatscht einfach mal und dann habt ihr zwei ausschlagende wellen im rendering programm in der audiospur und dann synchronisiert ihr das ist eine sache von einer halben minute deswegen so kommen wir jetzt erstmal zum audiogerät was ihr benötigt jetzt anhand dieses beispiel ist ich möchte euch sagen eine gopro zum beispiel hat unterstützt per adapter ein externes mikrofon der adapter kostet wiederum 30 euro glaube ich original bei der hero 5 sind momentan 60 euro also echt kein schnäppchen für 35 euro bekommt ihr das gerät hier um die 35 euro 35 40 euro und könnt damit allein das audio aufnehmen also ihr könnt entweder ist komplett extern aufnehmen mit einem audiogerät oder ihr nehmt es halt in die kamera eingesteckt auf die icon text bietet dieses feature nicht deswegen bleibt euch nur noch das hier übrig was aber trotzdem zu einer soliden tonqualität führt so kommen wir zum audiogerät wieso ich mich für dieses audiogerät entschieden habe dieses audiogerät ist in europa auch in amerika sehr verbreitet vor allem diese marke hat mich da informiert und einfach das günstigste externe mikrofon genommen für 8 euro glaube ich speedlink und es bietet eine hervorragende hervorragende qualität natürlich könnte da noch teurer einsteigen aber wir möchten das alles preiswert halten so jetzt kommen wir zur montage der kamera da erkläre ich natürlich wie ich das montiert habe die ganzen schraubhalterungen hier sind im liebherumfang von der icon text enthalten also kein stress das kriegt ihr so hin wie ich sie bekommen habe die halterung bei der wäse sind kompatibel zur gopro also jeder der gopro halterung hat keine panik ihr kriegt es genauso montiert also dieses gummi hier raus lösen und dann einfach rein schieben by the way das ist eine gopro halterung von mir und ja passt also dieses klebepad da und die halterung aber dies auch im lieferumfang enthalten die habe ich nur zu hause ist kein thema hier steckte es dann halt hier ein je nachdem wo er halt die kamera befestigt haben wollt steckte sie ein ich habe sie jetzt nicht ganz am kinn befestigt sondern leicht seitlich aus dem simpelen grund weil es brug ihr helm ist von meiner freundin und sie sitzt als sozia hinten drauf und ihr könnt euch vorstellen hier irgendwo vorne ist mein kopf und dass die kamera seitlich noch was an mir vorbei aufnehmen kann weil wir auf einer sportmaschine sitzen sportliche cbr und die hat eine vorgeneigte sitzposition da sieht man nicht so viel über den kopf drüber deswegen seitlich das bleibt aber euch überlassen mit dem klebepad einfach an hellen befestigen und ja so schaut es alles aus so leute das allererste was sie macht ist dieses audiogerät hier zu nehmen und in eure tasche zu stecken nachdem ihr es eingesteckt habt mit dem externen mikrofon das jetzt bei brook einfach in die brusttasche innen in die handytasche und dann dieses bobelchen von mikrofon in die linke seite am besten von eurem helm ich weiß nicht wie gut ihr das seht hier oben einfach rein quetschen und der schwamm absorbiert dann die windgeräusche entstehen wenn ihr den helm anzieht dann drückt das wangpolster hier zu und dann habt ihr einen geschlossenen raum wo das mikrofon nicht übersteuert das audiogerät startet ihr indem ihr länger auf diese play oder pause taste drückt dann geht es an und auf record recordet ihr halt nehmt ihr halt auf selbst erklärend nicht vergessen dass ihr hier auf mikrofon stellt sonst ist die qualität schlecht ihr drückt jetzt auf record jetzt müsst ihr kurz warten bis die aufnahme startet so jetzt nimmt die aufnahme auf und ihr hört das selbst wenn ich spreche obwohl das mikrofon in brookshelm ist hört ihr diesen ausschlag ihr seht links wie stark ihr es auf dem linken und rechten ohr hört weil es ein bisschen mehr auf der linken seite hier ist ich bin rechts von ihr deswegen schlägt rechts ein bisschen mehr aus wie ihr hier noch seht habt ihr die möglichkeit mit der icontechs hinten das display zu checken also wie ihr gerade aufnimmt vom winkel und so ist sehr praktisch so hey leute willkommen zum test video wir haben die kamera jetzt einfach an meinen helm montiert weil ich da auch schon so ein klebepad hatte und ja ich hoffe es übersteuert jetzt nicht ich wollte einfach zum testen mal einfach erklären warum hier noch ein paar tipps zum schluss das beatlink mikrofon hat sich als äußerst nicht zufriedenstellend erwiesen für mich zumindest es hat mal gnadenlos übersteuert deswegen empfehle ich euch das zäumen z m1 weg ist ich persönlich seit jahren benutze ist ziemlich günstig verlinkt soll ich natürlich unten in der beschreibung und bei der icontechs nicht vergessen ihr solltet in 2k aufnehmen und herunterskalieren auf 1080p um die besten ergebnisse zu erzielen und einfach die audiospur an die videospur angleichen dann passt es auch danke fürs schauen ich möchte mich noch mal herzlich bei icontechs bedanken für die tolle zusammenarbeit schaut unten in die beschreibung alles verlinkt und bis zum nächsten video lasst ein like da falls euch gefallen hat ciao leute bis zum nächsten video